. Wir haben wenig Zeit. Wenn wir Fortschritte erreichen wollen, dann müssen wir sie jetzt erreichen. Wir haben letzte Woche in einem gemeinsamen Schreiben der EU3 noch einmal unterstrichen, dass die EU jederzeit bereit war und weiterhin bereit ist, neue Ideen zu erkunden. Wir sind deshalb auch bereit gewesen, dem iranischen Vorschlag zu folgen, uns hier heute kurzfristig vor Beginn des Gouverneursrates noch einmal zusammenzufinden. Ich möchte sagen, dass die Atmosphäre sehr gut ist, konstruktiv und positiv. Aber, unfortunately, in der Endeffektiv sind wir nicht able zu erreichen. Der Kollege Philippe Brustel-Blasi sollte sich auf dem Flugzeug auf dem Flugzeug ein paar Minuten Redezeit sein. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. 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 Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.